Hallo Petros, wir sind zurück und jetzt mit einer überraschenden Nachricht. Ein einfacher Besuch im Borussia-Park hat die Petros-Fans verrückt gemacht. Kommt ein Schwergewicht zum Borussia? Möchten Sie wissen, wer zu Besuch war? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand aller Borussia-Neuigkeiten in Echtzeit. Am letzten Samstag, 6. Mai 2023, während des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum in der Bundesliga, fiel ein Besuch den Fans auf. Der ehemalige Borussia-Spieler, Dennis Zakaria, der von den Fans sehr geschätzt und gewünscht wird und derzeit beim FC Chelsea spielt, wurde auf den Tribünen des Borussia-Parks gesehen, während sein Team in der Premier League gegen AFC Bournemouth spielte. Zakaria wird seit Mitte April nicht mehr vom Trainer des Chelsea, Frank Lampard, eingesetzt und gehört nicht mehr zum Plan des Klubs. Die Anwesenheit des Spielers im alten Zuhause blieb den Gladbach-Fans nicht verborgen, die von seiner Rückkehr träumen. Der Schweizer wurde von Juventus Turin an Chelsea ausgeliehen, aber die Kaufoption des englischen Klubs in Höhe von 30 Millionen Euro könnte verworfen werden. Seit er Gladbach im Januar 2022 verlassen hat, steckt seine Karriere in einer Sackgasse. Weder in Italien noch in London konnte Zakaria sich hervortun und im Rampenlicht stehen. Mit der Nähe zur Fußball-Europameisterschaft 2024 bereiten sich die Schweizer darauf vor, einen Platz im Turnier zu ergattern, und Zakaria möchte wieder spielen. Derzeit droht in Turin die Bank und im Schweizer Mittelfeld ist die Konkurrenz hart. Zakaria, der in einer schwierigen Phase seiner Karriere ein Fan von Borussia war, wollte nach dem 2-0-Sieg gegen Bochum unbedingt durch die Umkleidekabine seiner früheren Teamkollegen gehen. Die Borussia-Fans fragen sich nun, ist die Rückkehr des Krakens dank der EM möglich? Möchten sie Zakaria zurück im Borussia-Team haben? Schreiben sie es uns in den Kommentaren. Eine herzliche Umarmung! Eine herzliche Umarmung! Untertitelung des ZDF, 2020